Ich glaube, ich bin viel zu hässlich für die. Nein, ey! Von TikTok kommt nichts Gutes, genauso wie von Wish, Digga. Das ist so. Boah, Junge, heftig. Nein, 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 nein. Juh, Junge. Juh, Alter. Ey, Jalla. Ey, Jalla, Maschalla. Komm, wir fangen direkt an. Fangen wir gar nicht erst an. Ja, ich bin richtig gut drauf. Ich habe richtig Bock jetzt wieder. Du bist richtig extrem rattig. Junge, ich habe gar keine Lust mehr auf dieses Format. Ey, was? Mach an jetzt hier, komm. Okay, Leute, erstmal, ne? Willkommen wieder zu Rasiert und Ready auf TikTok. Ey, was? Das heißt so nicht. Gut, schau mal, ich sage es dir jetzt so. Ich sage es dir jetzt so, ja? Ja. Ich habe wieder mal Nachrichten bekommen auf Instagram, Junge, die einfach mal wieder sau unangenehm sind, Digga. Ja. Jetzt seid alles mit dich, Alter. Oh mein Gott, ein Kollege von mir schreibt gerade in so eine Gruppe, wenn man eine Reportage über Kinderarmut dreht und ins Zimmer vom Jungen geht und da läuft gerade mein Livestream. Oh, Sch***. Ich habe auf jeden Fall Nachrichten bekommen, Alter. Da war eine, die hat geschrieben, ich war auch bei TikTok in den Videos dabei. Du würdest mir auch gefallen. Ich gehe auf ihr Profil. Privat. Du warst nicht dabei. Lass mich in Ruhe. Ich wollte auf jeden Fall... Ey, wer war das? Es war, glaube ich, eine der... Es war eine Vietnamese, glaube ich. Oh mein Gott. Da sind wir ja verwandt danach. Komm, fang einfach an. Let's go, Junge. Okay, fang direkt an mit der sehr, sehr hübschen Dame hier, Leute. Würdest du deiner Freundin erlauben, in die Shisha-Bar zu gehen und würdest du auf deinen Freund keine Ahnung, was die von mir will? Mach einfach. Wohin gehst du? Du schminkst dich. Ich gehe, äh, ich... Ich, äh... Ich gehe, ich... Probier nur, nein, mein Highlighter aus. Ich gehe gleich schlafen auch. Ach so, okay, gute Entscheidung. Sau lustig. So, ey, weißt du, was lustig ist? Abusive Relationships. Die sind lustig. Wenn der eine Partner dem anderen Partner nicht genug Freiheit gibt. Das ist lustig. Das ist Humor. Das ist sehr lustig, ja. Darüber lachen wir. Und jetzt ganz kurz ein Witz von Mario Barth. Wie eine Frau 20 Handtaschen auf einmal kauft. Achtung. Und das Publikum nur so... Ist das so? Feier ich. Feier ich, Digga. Mach weiter, komm. Ey, ganz kurz nochmal Side-Topic hier, ne? Da ist eine Person, sehr, sehr traurig momentan hier. Ja, es war ziemlich dumm von mir, mich so hoch zu pushen. Tut mir leid, auch leid. Bin noch Schüler und will keinen Stress. Ich mach mir grad wirklich Gedanken. Hab den Stream auch gesehen. Kannst du please antworten? Was schreibe ich dieser Person? Schreib zurück. Beende deine Schullaufbahn nicht, weil du kommst eh ins Gefängnis. Ende. Sag, du sollst dich mal auf Instagram nochmal bei mir melden. Jalla. Ach, du Scheiße. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. What the hell? It's not this bathroom. You stupid fucks. It's the other bathroom. You stupid fucks. Oh, mein Gott. You're supposed to be doing the other bathroom. Die hat das falsche Badezimmer zusammengekloppt. Oh, mein Gott. Oh, Digga. Stell dir mal vor, du reißt einfach das falsche Badezimmer ab. Oder das falsche Haus. Oh, du bist so lost und dumm. Ich bin dich am Arsch. Oh, Unge. Alright, everybody. It's a beautiful hair challenge. Let your hair down in three. Two. One. Das ist wirklich Unge. Oh. Bruder, Alter. Diese andere. Alter, 105.000 Likes bekommen so etwas, Leute. Das ist... 105.000 Likes. Und da musst du ein bisschen aufpassen. Der Tim von Gewitter im Kopf geht auf sowas überab, ne? Rothaarige. Findet der richtig nice. Glaub dem ist auch egal, ob Bart oder nicht. Hauptsache rote Haare. Egal wo, egal wie. Auch Geschlecht ist egal, oder? Egal, alles egal. Rein in die Olga. Hey, yo. Was geht ab? Danke dir. Ich geh gleich drauf ein. Crazy, Digga. Die ist ja anders hübsch, Digga. Die ist anders hübsch. Wow. Ghana, daher kommen die Leute mit diesem... Ich will, dass das auf meiner Beerdigung läuft. Weißt du, wie meine Beerdigung ablaufen soll? Guck mal. Ich will, dass dieses Lied läuft, ne? Und dann will ich aber in so einem Glassack. liegen. Komplett nackt halt, ne? Und der ist so ein bisschen zu eng. Also mein Gesicht drückt sich so oben an den Deckel, weißt du? Alter. Mach weiter. Nee, 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 nee. Die ist minderjährig. Nein. Schreibt der Chat, die sind minderjährig, Alter. Bist du minderjährig? Frage für einen Freund. Oh nein, macht das auch Sinn. All troops deploy. Burst of blood. Rückwärts und die hat den Schal rausgezogen. Alter, ich bin so... Nein, hat die nicht. Hat jemand da gezogen und das rückwärts... Ruhe, mach weiter. Kannst du das vielleicht auch mal mit etwas anderem machen? Frage für Rebi. Habe ich ja nicht gefragt. Habe ich ja einfach nicht gefragt. 3, 2, 1, go. Findest du sowas cute eigentlich? Keine Ahnung, Alter. Ich verstehe das alles gar nicht. Ich kann kein Japanisch. Oh, Digga. Ich verstehe das alles gar nicht. Ich spreche kein Japan... Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ja, Likes ruhig, ja. Und schreib wieder in einem dummen Kommentar, den ich... Warum muss ich gerade an Anime denken? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum du gerade an Anime denken musst. Das ist eine wirklich blöde Frage. Oh mein Gott. Wir haben sie. Die ist, äh... Leute, was denkt ihr? Das gibt keinen. Das gibt, glaube ich, keinen. Ich glaube, ich bin viel zu hässlich für die. Ich bin viel zu hässlich. Da hinten ist auch noch ein anderer Typ. Guck mal. Der ist einfach nackt einfach. Mach weiter. Bringt nichts. Bringt nichts. Could you guys do this? Ready? I'm a little star. I'm a little star. I'm a little star. I'm a little star. Just tell me that you can't do that. So I feel special and for... Digga, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie Schäden im Gehirn macht. Der wäre was für dich, oder? Ja, mein Bruder. Ihren Mann. Ihren Mann, Digga. Schreib, haha, ich lachte. Aha, ich lachte. Haha. Oh, das ist also der Dank dafür, dass ich mich fast tot arbeite. Tot arbeiten? Wie alt ist die? Und die hat auch ein Haus im Hintergrund. Guck, die sind reich. 17 Jahre. Weiter. Kennst du so, wenn... Nein, 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 nein. Schreib das ein. Juh, Junge. Juh, Alter. Juh. Nein, ey. Schreib einfach gar nichts. Mach weiter. Der Vater auch saugefährlich, bitte. Mach einfach weiter. Wir haben nichts gesagt. An den Papa. Ey, das ist alles nur... War ein Witz. Alles nur Joke. Bitte nicht erschießen. Ich bin einfach nur ein Freund von Revi, der ihm nicht mehr... Mach einfach... Junge. Alleine. Die hatten wir letztens... Die hatten wir letztens... Das ist die hier. Wer ist das? Oh, die war das. Hat die dich angeschrieben gehabt? Boah, kann sogar sein. Weiß ich nicht. War die Deutsche? Nee, ne? Auch so reich. Die hat so Tonnengewölben deckenmäßig. Fühlst du? Die hat doch nicht mal hier hinten irgendwie richtig... Tonnengewölben deckenmäßig runddecke. Weißt du, was ich meine? Bitte dekorier. Aber eine sehr, sehr hübsche Frau. Bitte dekultier. Okay. Oh my god, Patricia, you look pretty. I know. Oh. Um, you're supposed to say thank you. Thank you for what? I mean, I just give you a compliment. Ja, weiter. Er klingt wie Mikey, oder? Einfach nur nervig, man. Leventis, danke dir. Danke, Leventis. Junge. Hot boyfriend check. I checked, he's f***ing ugly. Aber ist es nicht deren Sound? Das ist das Original. Hot boyfriend check. I checked, he's f***ing ugly. Okay. Ah ja, okay. Oh, es geht wieder los mit Asiaten. Hä? Digga. Du dir selber denkst, oh, ich werde nie einen Freund finden. Ich werde nie eine Freundin finden. Oh, das bist du. Ja. Merk dir eine Sache. Okay. Du bist nur Single. Weil du ohnehin mal hässlich bist. Danke für die motivierenden Worte, Digga. Kann ich nur zurückgeben. Hör auf, ich will... Ich lasse mal weiter, ne? Alter, war ein Spaß in die Klammern, okay? Schreiben, haha, lustig. Spaß. Was ist das? Äh, 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 äh. Hä? Alter, 170.000 Likes. Ja, und ich verstehe das nicht. Ja, Digga. Ich verstehe das nicht. Ist das eine Krankheit oder sowas? Wenn man Entertainment auf Wish bestellt, Digga. Ganz wild. Von TikTok kommt nichts Gutes. Genauso wie von Wish, Digga. Das ist so. Das ist einfach so. What? Okay, das hat 4,4 Millionen. Das ist was krasses. Kann nicht gut sein. Ellen, what do you call a girl that's thirsty for water? An H2 hoe. No, I'm on a Zoom call. Ups. Ja, okay. Gar nicht so witzig, wie ich dachte. Muss ich ehrlich sagen, ne? Nee, nee, nee. Gut. Deutschland. Jetzt kommt's. Ja, real talk, real talk. Ja, Digga. Dafür sind auch unsere Häuser, das nicht aufs Papier. Wir sind hier wieder im Game. Leute, die dachten, dass das dein Gesicht ist, wenn ihr an der Kamera seid. Macht einfach mal diesen Effekt an, den ich hier gerade angestellt habe, dieses Face-Zooming-Ding. Wenn ihr jetzt nämlich weiter weg geht, langsam. Ich habe keinen Unterschied gesehen, aber das ist eine sehr hübsche. Ja, aber nur mit diesem Face-Zooming-Ding, oder? 21 Jahre. 21 Jahre. Ich finde, da ist es immer ein Versuch wert, mal auf sie zuzugehen. Glaub nicht. Wenn ich mir die Fähigkeit zähle mal breiter aus. Ich will, dass du endlich mal heiratet. Ja, Junge, nee. Ich will einfach alleine bleiben, mein Leben lang. Chat sagt auch schon, gönn dir. Lass mich in Ruhe. Willst du wirklich alleine bleiben? Die erste Lektion, die ich dir beibringen werde, ist... Hey, Junge, mir ist so schlecht... Mir ist so schlecht gerade, Alter. Ich... Boah. Akani! Akani, aber in saufett, Alter. Akani ist einfach saufett geworden. Die hat meinen Hund einfach aber in fett. Die hat den einfach überfressen. When he says he's sick of your sh**. Okay. Einfach X-Later. Die kenn ich sogar. Ja. YouTuber. Hä? Das wäre jetzt so ein Blogjob-Joke gewesen, weil sie sich die Haare so zusammenbindet, weißt du? Das hätte mich dann auch gewundert, weil es halt X-Later ist. Nein, guck, die Antwort ist immer der Songtitel. He's sick of your sh**. Get well soon. Ah, okay. Okay, ja. Oh, das ist eine sehr, sehr hübsche. Ja, Digga, sehr. Wirklich, Real Talk. All right, everybody. It's a beautiful hair challenge. Let your hair down in three. Boah, krass. Wird richtig krass sein. Boah, Junge, heftig. Übertrieben hübsches Mädchen. Wirklich, Digga. Die passt auf jeden Fall extrem. Ja, aber die wohnt bestimmt 200 Kilometer weit weg. Ist so gar nicht weit. Ist die Single? Ist die Single? Ist zu weit weg, weg. Germany. 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 Ja, komm, letztes, letztes. Jetzt reicht's. We found her. Doubt it, Alter. Doubt it. Nein, 20 ist ein reifes Alter. Äh, um sie einfach mal anzusprechen. Einfach mal gucken, ob die Interesse da ist. Lass es einfach so stehen. Lass einfach so stehen. Einfach so stehen. Lass einfach so stehen und das war's an der Stelle. Und ein Smiley dazu. Nein. Leute, das war's mal wieder an der Stelle mit. Wir versuchen hier eine Frau für mich auf dieser Plattform zu finden, die überhaupt nicht dafür geigt ist, weil ich diese Plattform überhaupt nicht mag. Dankeschön an Ju. Ich bedanke mich an der Stelle wirklich bei dir und bin doppelt und dreifach raus. Die Runde war wirklich schwierig. Keine Mädels. Wer aktiv sucht, der findet nicht. Es muss von alleine kommen. Ja, sag man so. Dankeschön, wir hören uns die Tage oder am besten gar nicht mehr. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.